guck guck it's me again ja ich habe schon jetzt einen jet funnel der passt jetzt farblich das ist halt in bronze soll das sein das ist kupfer aber das ist jetzt sage ich mal schon mal eine endqualität die sich sehen lassen kann nicht uncool oder jetzt drucken gerade kupferfarbene griffschalen wie das dann aussieht wenn alles einfarbig ist wird man sehen aber die qualität könnte man noch mal verbessern und mit gleich mal einem zehntel höher das ist mit zwei zehnteln gedruckt das druck aus und zwei stunden und mit 0 1 leer höhe werden es halt fast vier stunden druckzeit und ob das jetzt noch so einen super qualitätsvorsprung bringt muss man sehen ich werde es testen und wenn das nur mal viel geiler rüber kommt dann mache ich natürlich auch das gut nur mal so das ist doch schon wirklich sehr anständig und ich habe auch praktisch eine lösung gefunden dass diese kleinen pinnel die in den seitlichen griffschalen eingreifen wie die besser zu drucken gehen also dass sie stabiler sind und besser halten okay bye bye wie warst du dirk